Hinten hat der... Hinten wir? Ja, ich weiß nicht. Da! Auf mich! Ja? Alter, noch ein Headshot! Zug, 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 Zug! Da, wo die Strichwohle sind. Zwischen Zug und Wand. Auf den ersten Schuss hat er mich. Der ist 10 Meter weg. Och ja, der ist... Ich hoffe, der hat gewusst, dass ich hier stehe. Scheiße. Der hat mir nur Headshots gegeben. Ja, mir hat er auch Kopfschuss gegeben. Zwei Kopfschüsse. Cheater! Das war ein Cheater. Komm schon. Der hat mich gewusst, wo ich stehe. Der hat mich nur geheadshotet. Ja, mich auch. Zwei Treffer. Na, ich hab halt zwei Treffer auf den Kopf gekommen. Ja, Headshot habe ich auch gekriegt. Äh, ich hab den einen gerecht gekillt. Fuck. Schade. Kann man Leute melden? Äh... Ich hab einen Screenshot von seinem Namen gemacht. Du Briggs, ne? Ich speichere den Scheiß. Die letzten 53 Sekunden gespeichert. Kommt, was noch drauf ist. Ja, stimmt. Das mach ich auch mal. Der hat oben in den Waggon reingeschossen und dann eine halbe Sekunde später mich unten drunter. Ja, so weiß ich nicht. Er hat das 100 Pro und Cheater. Der hat ja alles hier gecleart, alter. Ja. 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 Vielen Dank.